Die Gestaltung der Beerdigung des berühmten Schauspielers Fritz Wepper erfolgte nach den konkreten Wünschen, die er zu seinen Lebzeiten geäußert hatte. Im Leben und in der Vorbereitung auf den Tod passte Wepper jedes Detail persönlich an, von der Art und Weise, wie er begraben werden wollte, bis hin zu den Gegenständen, die er auf seiner letzten Reise mitnehmen wollte. In einem seiner Bücher berichtete Wepper, dass er in dem schwarzen Kimono begraben werden wollte, den er zum Meditieren trug, zusammen mit einem buddhistischen Armband mit Holzperlen, zwei Symbolen für Entsagung und Ruhe. Diese Wünsche zeigen nicht nur die Tiefe von Weppers Seele und Lebensphilosophie, sondern auch eine gründliche Vorbereitung auf den Tod, die viele Menschen möglicherweise nicht haben. Die Beerdigung von Fritz Wepper markierte auch das Ende eines Lebens voller Erfolg und Liebe. Sein Wunsch, neben seinem Bruder Elmar begraben zu werden, war eine Botschaft der familiären Liebe und Solidarität, die er sein ganzes Leben lang schätzte. Das Familiengrab in München, in dem Wepper neben seiner Mutter und seinem Bruder beigesetzt werden wollte, wurde zu einem Ort, an dem seine Seele in Frieden ruhen konnte. Das Leben und die Beerdigung von Fritz Wepper sind eine Lektion dafür, wie man sinnvoll und ruhig lebt und sich auf den Tod vorbereitet. Die Tatsache, dass er seine Beerdigung sorgfältig arrangiert hat, beweist nicht nur seine Selbstbeherrschung und tiefe Spiritualität, sondern erinnert uns auch daran, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und sich lohnt. Er verdient eine freundliche und gründliche Vorbereitung. Das Ende von Fritz Weppers Leben eröffnet auch die Gelegenheit, auf seine Verdienste um die Unterhaltungsindustrie zurückzublicken. Mit einer Karriere von mehr als einem halben Jahrhundert hat Wepper maßgeblich zur deutschen Filmkultur beigetragen und einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Die Wahl Münchens als letzte Ruhestätte Weppers erfolgte nicht nur aus familiären Gründen, sondern auch aus tiefer Verbundenheit mit seiner Heimat und seiner Kultur. München ist nicht nur der Ort, an dem er lebte und arbeitete, sondern auch der Ort, an dem er sein Leben beenden wollte, was Bilder von schönen Erinnerungen und überwältigenden Erfolgen in seiner Karriere wachruft. Die Beerdigung von Fritz Wepper ist für Fans und Kollegen aus der Filmbranche auch eine Gelegenheit, einem verstorbenen großen Talent zu Ehren und Abschied zu nehmen. Ihre Anwesenheit ist nicht nur eine Hommage an Weppers Leistungen, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und emotionalen Unterstützung für seine Familie und seine Lieben in dieser schwierigen Zeit. Somit ist die Beerdigung von Fritz Wepper nicht nur ein eigenständiges Ereignis, sondern auch ein Anlass, an ein bedeutungsvolles Leben und Verdienste über die Grenzen eines Schauspielers hinaus zu erinnern und diese zu würdigen. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir im Tod auch Verbindung, Zuneigung und tiefe Bedeutung finden können. Leben und Beerdigung von Fritz Wepper werfen auch Fragen nach dem Sinn der Selbstvorbereitung auf den Tod und der Erstellung eines Testaments auf. Die Tatsache, dass er jedes Detail für seine Beerdigung persönlich anpasste, war nicht nur Ausdruck von Autonomie und Entscheidungsfreiheit im Leben, sondern auch eine Möglichkeit, seine Familie und seine Lieben zu entlasten. Die Tatsache, dass Wepper für seine Beerdigung konkrete Wünsche äußerte, löste auch eine Diskussion darüber aus, was die Erstellung eines Testaments bedeutet und wie wichtig es ist, es einem Verwandten oder Anwalt anzuvertrauen. Äußern sie ihre Wünsche nach dem Tod. Dies erleichtert die Beerdigung für Familie und Angehörige und stellt sicher, dass die Wünsche des Verstorbenen ordnungsgemäß erfüllt werden. Darüber hinaus sind das Leben und die Beerdigung von Fritz Wepper auch eine Erinnerung an die Wertschätzung familiärer und menschlicher Beziehungen. Die Tatsache, dass er neben seinem Bruder und seiner Mutter begraben werden wollte, zeigte die Zuneigung und Solidarität einer Familie einen unermesslichen Wert im Leben. Kurzum, die Beerdigung von Fritz Wepper war nicht nur ein persönliches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit, über den Sinn von Leben, Tod und menschlichen Beziehungen nachzudenken. Es ist eine Gelegenheit, ein Leben zu feiern und uns an die ewigen Werteliebe, Selbstvorbereitung und Familieneinheit zu erinnern. Das Leben und Begräbnis von Fritz Wepper bietet uns einen Einblick, wie wir mit dem Tod umgehen und uns sinnvoll darauf vorbereiten können. Punkt Dass Wepper jedes Detail seiner Beerdigung persönlich vorbereitete, war nicht nur Ausdruck von Selbstbestimmung und Autonomie, sondern auch ein Akt der Liebe und Fürsorge für seine Lieben. Weppers Beerdigung löste auch eine wichtige Diskussion darüber aus, wie wir die Wünsche eines Menschen nach seinem Tod respektieren. Ein Testament zu verfassen und die Wünsche des Verstorbenen umzusetzen, hilft nicht nur der Familie, sondern ist für uns auch eine Möglichkeit, uns an ihre Werte und Träume zu erinnern und sie zu ehren. Darüber hinaus ist Weppers Beerdigung auch eine Gelegenheit, zurückzublicken und das Leben eines Künstlers mit bedeutenden Beiträgen zur Unterhaltungsindustrie neu zu bewerten. Wepper wird nicht nur für seinen Künstlerischen Erfolg geehrt und in Erinnerung gehalten, sondern auch für die Werte und Ideen. Nur Urwälder, bisher schließlich eines Tages immer korrekt gekleidet und im Kurs von 5 Uhr T einen alten Tempel entdeckt. Er ahnt schon, hier muss es sein. Und tatsächlich, nach Jahren der intensiven Suche und Entbehrung, welch eine Entdeckung. Der Satz des P. Aber, kann er den Satz auch beweisen? Das ist einfach so ein bisschen Entertainment. Aber auch bei den Videos, bei denen man was lernen kann, haben wir jede Menge Spaß. Ich hoffe, das wird auch deutlich. Ich mache hier nochmal ein Beispiel zur vollständigen Induktion, erkläre ich da auch. Ja, jetzt wollen wir euch mal erklären, wie das Beweisverfahren der vollständigen Induktion funktioniert. Ne? Also wir, äh... Jana, komm doch mal bitte! Ja, nee! Jetzt, komm doch mal, wir müssen eine vollständige Induktion erklären! Aber ich will nicht! Bitte! Was kriege ich denn dafür? Ein Gummibärchen. Langweilig. Zwei Gummibärchen. Genauso langweilig. Eine Schüssel Müslü. Was soll ich denn damit? Okay, okay, okay. Du kriegst einen ewigen Platz in der Moog-Ruhmeshalle. Hm. Na gut. Na also, okay, ja, jetzt erklären wir mal das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Also unser Ziel ist, wir wollen eine Aussage zeigen für alle natürlichen Zahlen. Also, Aussage, nennen wir sie mal A. Die Aussage A soll gelten für diese natürliche Zahl hier, ne? Für welche noch? Für die. Für die. Für die. Für die. Für die. Für die auch und so weiter und für alle, ne? Ja, aber wir können es nicht für alle einzeln zeigen. Das ist ein Problem, weil das da und so weiter und so weiter. Sie können es ja mal anschauen und beim Moog einschreiben. Übrigens, wir haben die natürlichen Zahlen hier hinten auf der Wäscheleine aufgehängt. Ja? Wissen Sie, überlegen Sie, tagelang welche Gags Sie hier bringen. Ja, und dann wird unser Verhaltens lachen und dann geht die Tür mal kurz auf. Jetzt kommt, wir haben die Mathematik hier auf der Wäscheleine aufgehängt. Ne, in natürlichen Zahlen, was ein Beweis dafür ist, dass Mathe nicht trocken ist, ne? Ja? Ja? Ja?